Hi Leute, wir müssen heute noch mal über das Thema Sattel sprechen und wie dieser richtig eingestellt wird. Wenn du da Interesse dran hast, dann bleib doch dran. Also fangen wir an. Wichtig ist natürlich, dass der Sattel erst einmal richtig eingestellt wird. Dazu gehört zum Beispiel auch die Höhe. Wenn ihr wie ich eine Variostütze habt, dann müsst ihr die Variostütze so einbauen, dass der Sattel im ausgefahrenen Zustand der Sattelstütze die Höhe hat, die er haben soll. Also wenn ihr jetzt eine Variostütze kauft, die, sage ich mal, 175 mm ausfahren kann und ihr braucht aber eigentlich eine Sattelhöhe, die etwas niedriger ist, dann habt ihr die falsche Variostütze gekauft, weil ihr werdet während der Fahrt nie diesen richtigen Punkt finden. Die Sattelstütze muss im ausgefahrenen Zustand die Höhe haben, die der Sattel haben muss. Also Sattelstütze beim Kauf so auswählen, dass das berücksichtigt wird. Dann ist natürlich auch wichtig, dass der Sattel nach vorne und hinten geschoben werden kann und der sollte dann so positioniert sein, dass, wenn ihr drauf sitzt, dann sollte normalerweise das Knie, wenn der Sattel jetzt ganz oben ist, dann sollte das Knie und der Mittelpunkt vom Pedal eine Linie sein. Das ist so als grober Anhaltspunkt. Und wenn der Sattel ganz ausgefahren ist und ihr sitzt drauf und habt das Pedal unten, dann müsst ihr mit der Ferse das Bein so ganz strecken können. Das ist auch so ein grober Anhaltspunkt. Damit könnt ihr das einstellen, ohne dass ihr irgendetwas messen müsst. Wenn ihr dann den Fuß, sage ich mal, in Fahrposition stellt, dann ist das Bein leicht geknickt und mit der Ferse ist es halt durchgestreckt. Ein weiterer wichtiger Punkt, den viele vergessen, ist die Neigung des Sattels. Viele Menschen haben die ersten zwei Punkte so halbwegs richtig eingestellt. Nicht mal unbedingt, weil sie es wissen, sondern rein intuitiv vom Gefühl her. Aber was viele vergessen, ist die Neigung des Sattels. Die meisten Menschen haben die Neigung falsch eingestellt. Wenn man einen Sattel neu montiert, zum Beispiel man hat sich jetzt irgendeinen neuen Sattel zum Ausprobieren gekauft, dann sollte man den erst mal waagerecht ausrichten. Also wir haben ja hier drei hohe Punkte auf dem Sattel. Und das ist einmal hier und hier, da wo die Sitzknochen sind. Also hinten zwei Punkte und vorne ein Punkt. Man legt eine Wasserwaage von diesem Punkt zu einem der beiden Punkte hier hinten. Und dann richtet man den Sattel nach der Wasserwaage geradeaus. Wenn ihr dann losfahrt und ihr macht, sage ich mal, Touren, die länger sind als eine halbe Stunde, dann solltet ihr auf jeden Fall Werkzeug mitnehmen. Ich habe hier den Sattel befestigt mit einem T15, glaube ich. Und den nehmt ihr dann einfach mit. Und wenn ihr dann fahrt, könnt ihr den Sattel zusätzlich noch ein bisschen nachstellen in der Neigung. Und was gibt es da für einfache, sage ich mal, Orientierungshilfen, wie man das richtig macht? Also wenn ihr zum Beispiel bei der Fahrt nach hinten rutscht, dann ist der Sattel wahrscheinlich zu weit nach hinten geneigt. Also auch wenn er vom Ausgangspunkt gerade ist, dann ist das für euch dann scheinbar nicht so gut. Ihr müsst den Sattel dann etwas nach vorne neigen. Und ihr solltet diese Neigung wirklich immer nur sehr subtil machen, also sehr wenig. Jede Änderung nur sehr wenig und dann erst mal weiterfahren. Was aber auch sehr wichtig ist, wie ihr auf dem Sattel sitzt. Ich möchte euch das mal zeigen. Ich mache den mal dafür runter, um das besser zu zeigen. Also wenn ich große Runden fahre, die, sage ich mal, 60, 70 Kilometer lang sind, dann ertappe ich mich selber, dass ich so auf dem Fahrrad sitze, mit steigendem Erschöpfungsgrad. Ich muss mich dann immer selber daran erinnern, dass ich halt den Rücken gerade machen muss. Und das ist genau der entscheidende Punkt. Wenn ihr den Rücken gerade macht, dann dreht sich das Becken nach vorne. Es dreht sich minimal nach vorne. Und das ist entscheidend für die Sitzposition. Wenn ihr also mit einem geraden Rücken auf dem Bike sitzt, leicht nach vorne geneigt, dann habt ihr automatisch eine ganz andere Sitzposition, als wenn das Becken so nach hinten gedreht ist und ihr auf dem Fahrrad sitzt wie so ein Fleischkloß. Oder wie, sage ich jetzt mal, wenn ihr total erschöpft seid, dann ist das bei mir halt auch so, dass ich dann öfters mal so fahre und das gar nicht merke, weil ich einfach total K.O. bin. Und dann muss ich mich daran erinnern, wieder den Rücken gerade zu machen. Ein ganz einfaches Hilfsmittel, den Rücken gerade zu machen, ist auf jeden Fall, den Kopf hoch zu machen. Denn wenn ihr so sitzt, seht ihr, dass der Kopf auch nach unten geht. Und wenn ihr den Kopf wieder hoch macht, geht der Rücken automatisch gerade. Und das ist beim Laufen zum Beispiel genauso. Beim Joggen ist das dieselbe Technik. Kopf hoch und der Rücken ist gerade. Mit steigendem Erschöpfungsgrad sieht man das auch bei vielen Joggern, dass sie halt die Arme nicht mehr bewegen und dann so nach vorne gebeugt, Kopf gesenkt laufen. Und das ist beim Fahrradfahren halt auch oft der Fall. Ich beobachte das bei mir immer selber und muss mich dann selber halt erinnern, Rücken gerade, Kopf hoch. Das Wichtigste ist Kopf hoch und dann ist der Rücken automatisch gerade. Wenn ihr dann euch diese Sitzposition erst einmal richtig angewöhnt habt, dass ihr wirklich den Rücken gerade habt, also das Becken wirklich so gerade gedreht und nicht so, dann braucht ihr auf einmal den Sattel gar nicht mehr so weit nach vorne neigen. Und dann werdet ihr feststellen, dass Schmerzen im Gesäß auf einmal viel, viel weniger sind oder je nachdem, was für einen Sattel ihr habt, auch gar nicht mehr da sind. Weil ein stark gepolsterter Sattel heißt nicht unbedingt, dass ihr damit 50 Kilometer oder mehr fahren könnt. Das Polster wird ja sowieso zusammengedrückt und das macht jetzt, sage ich mal, nicht so viel aus, wenn man solche langen Strecken fährt. Ein stark gepolsterter Sattel, der ist vielleicht bequem, so die ersten zwei bis fünf Kilometer und dann fängt er auch an, Ärger zu machen, besonders dann, wenn er nicht richtig eingestellt ist. Ich habe jetzt hier einen Wittkop Medicus Sattel und zwar den für Tour. Das ist nicht der für City, der für City ist noch breiter, das ist hier der für Tour, der mittlere und mit dem kann ich problemlos 80, 90 oder auch 100 Kilometer fahren, wenn es sein muss. Nach 80 Kilometer fängt natürlich dann auch mir an, irgendwann mal der Hintern weh zu tun, weil dann sitzt man ja teilweise schon drei oder vier Stunden auf dem Sattel und das merkt man dann natürlich schon. Ein ganz großer Punkt in Sachen Gesäßschmerzen ist natürlich auch das eigene Körpergewicht und natürlich auch die Sache, wo fahre ich, wie lange fahre ich. Wenn jetzt jemand zum Beispiel, so wie ich, ein bisschen Übergewicht hat, aber nur Touren fährt, so ein bisschen durch den Wald, die, sage ich mal, maximal eine Stunde dauern und im Wald stehst du ja auch ab und zu mal auf, also du fährst zum Beispiel in der Hocke, dann hast du wahrscheinlich keine Probleme mit dem Sattel, selbst wenn ein sehr billiger, sehr harter Sattel, der auch noch falsch eingestellt ist, da drauf ist, weil du ja immer wieder, sage ich mal, den Hintern hebst und dann im Wald halt auch aktiver bist, dann kriegst du das gar nicht mit. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, wie hier gibt es den Sauerland Radring, der hat über 80 Kilometer, wenn du den in einem Stück durchfahren willst, dann brauchst du einen Sattel, der zu dir passt, das ist wichtig, nicht jeder Sattel passt zu jedem Hintern, du musst deinen Sattel finden und wichtig, du musst den richtig einstellen, du musst die richtige Sitzposition mit geradem Rücken haben, damit alles dann zusammen so funktioniert, wie es sein soll und du keine Schmerzen hast beim Fahrradfahren, auch auf langen Strecken nicht. Wenn ich zum Beispiel jeden Tag nur eine halbe Stunde zur Arbeit fahre, dann habe ich wahrscheinlich auch kaum Probleme mit dem Sattel. Aber wenn es dann an die großen Touren geht, dann haben einige Leute schon bei 20 Kilometer Touren arge Probleme, noch auf dem Fahrrad sitzen zu können. Und dann sieht man die Leute halt, wie die halt mal auf der Arschbacke sitzen und dann halt mal auf der Arschbacke sitzen und so ein bisschen hin und her wechseln, weil sie schon gar nicht mehr wissen, wie sie sitzen sollen. Und das ist überhaupt nicht nötig, wenn alles richtig eingestellt ist. Wenn ihr zu diesem Thema Fragen habt, dann schreibt diese in die Kommentare. Ich versuche, die Fragen zu beantworten. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß beim Fahrradfahren. Ganz wichtig, setzt immer einen Helm auf und viel Spaß!